Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus Singles, bei dem ein Nerdizist über ein bestimmtes Thema kurz und knackig eine kleine Folge macht. Ich bin der Nerdizist Michael und ich erzähle euch heute mal ganz kurz was über M. Night Shyamalans neuen Film Glass. Und nicht wundern, falls ihr im Hintergrund ein bisschen babygejaule oder ein paar Baby-Sounds hört, denn ich bin seit ein paar Wochen Vater geworden und habe gerade meine kleine Tochter gefüttert und nehme jetzt kurz danach ein bisschen den Podcast hier auf. Aber erstmal für alle, die uns nicht so kennen, nochmal die übliche Vorstellung. Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und wir reden über alle möglichen Sachen wie Filme, Serien, Geek-Stuff, Cosplay, alles mögliche, wie gesagt. Ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch unseren großen, roten, manchmal grünen, manchmal andersfarbigen Abonnieren-Button findet und alle anderen Sendungen, die wir so machen. Da gibt es unseren Hauptcast oder die West-Nerds, wo wir über Westworld reden, die Track-Nerds über Star Trek, Dead Nerds Talking, über The Walking Dead, Game of Nerds über Game of Thrones, was ja im April weitergeht, Nerdplay über Cosplay und wie gesagt die Nerdizismus-Singles, die keine Single-Börse für Nerds sind, sondern Casts, in denen ein Nerd mal kurz über ein bestimmtes Thema redet. Hören könnt ihr uns, wie gesagt, über nerdizismus.de, über diesen großen, roten Abonnieren-Button. Verpasst ihr da auch nie wieder eine Folge. Wenn ihr da drauf klickt, öffnet sich ein Podcatcher eurer Wahl oder ihr kriegt einfach den Feed angezeigt. Wer es noch einfach haben will, geht einfach auf Spotify oder iTunes, denn wir sind auch bei den großen Plattformen vertreten. Und wer anschließend noch seinen Saft hier abgeben will oder seinen Senf dazu geben möchte, der besucht uns auf unseren diversen Social-Media-Auftritten, wo wir ja alles immer schön gut kommentieren können. Zum Beispiel auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Oder ihr geht einfach auf nerdizismus.de, auf den entsprechenden Artikeln und da könnt ihr auch ein paar Kommentare hinterlassen. Oder nicht zuletzt könnt ihr uns auch an info-at-nerdizismus.de schreiben, falls ihr irgendein Feedback, irgendeine Art habt. Wir freuen uns immer darüber. So, aber jetzt mal genug mit dem Vorgeplänkel und jetzt gehen wir mal zur Sache. Denn wie gesagt, ich habe mir schon mal vorab M. Night Shyamalans neuen Film Glass angeschaut und will euch mal ganz spoilerfrei was dazu erzählen. Im Jahr 2000 war an Breakville, der, ich glaube, vierte oder fünfte Film mittlerweile von M. Night Shyamalan, einer der Filme, die man sich als Comic-Buch-Fan nicht entgehen lassen durfte. Ja, denn noch vor Chris Nolans Dark Knight-Trilogie, die ein paar Jahre später kam, schaffte er einen Comic-Buch-Film herauszubringen, der nicht nur stark auf Realismus setzte, sondern ganz subversiv mit den damals noch recht unbeschriebenen Regeln des Genres spielte. Da war es nicht überraschend, dass Fans lange nach einer Fortsetzung gerufen haben und getreu seinem Ruf nach Twists und Wendungen überraschte M. Night Shyamalan, die Kinobesucher genau vor zwei Jahren, also knapp 16 Jahre später, mit einer Post-Credit-Szene in dem damals recht düsteren Streifen Split, in der plötzlich Bruce Willis Charakter aus Unbreakable auftauchte. Plötzlich hatten wir ein Sequel, mit dem niemand gerechnet hatte. Noch besser war, da die Ankündigung, dass er seine lang geplante Trilogie, denn ursprünglich sollte Unbreakable zu einer Trilogie führen, mit einem Nachfolger 2019 abschließen wollte, der die Figur aus beiden Filmen zusammenführen und Comic-Buch-typisch ein großes Finale darstellen sollte. Und da Split zumindest meiner Meinung nach endlich mal wieder ein richtig guter Film aus der Hand des Regisseurs war, nach so tollen Gurken wie The Happening und The Last Airbender, war die Hoffnung zumindest für mich so groß, dass uns mit Glass, so sollte er heißen, ein richtiger Knaller ins Haus stehen würde. Kann also das Sequel die hohen Erwartungen erfüllen und uns einen würdigen Nachfolger zu wirklich zwei guten Filmen vorsetzen? Die Voraussetzungen waren, wie gesagt, gut. Ist zwar länger her, dass Bruce Willis einen richtig guten Film auf der Leinwand hatte, aber jedenfalls James McAvoy, äh, James McAvoy, sprich man immer falsch aus, dessen The Horde in Split so alle Augen auf sich gezogen hat und Samuel L. Jackson, aka Nick Fury, konnte es eigentlich, auf die beiden konnte man sich eigentlich immer verlassen. Auch Sarah Paulson als Neuzugang in Form von einer ominösen Therapeutin schien als Wahl eine großartige Wahl für das Projekt Glass zu sein. Leider muss ich sagen, hat mich dann das Ergebnis persönlich doch recht enttäuscht, sodass ich kurz nachdem ich aus dem Film rausgekommen bin, nach den Endcredits, ihn eigentlich fast nur noch als Vollkatastrophe bezeichnen konnte. Jo, richtig Vollkatastrophe. Warum? Naja, angefangen mal bei der Story, von der ich euch echt nicht viel verraten will, schaut euch einfach den Trailer an, aber von der Story bis hin zum Szenenaufbau, den Dialogen, der Action, ist hier einfach viel schief gegangen. So, dass man sich leider wieder daran erinnern muss, dass Shyamalan gut sein kann, er ist oft in den letzten Jahren aber auch einfach nicht wahr. Die Story an sich ist erstmal komplett unlogisch. Komm, allein wie die drei Hauptcharaktere, wie man im Trailer sieht, in der Anstalt landet, macht dem Film überhaupt keinen Sinn, auch wenn der am Ende unvermeidliche Twist hier doch einiges erklären kann. Aber auch der Ablauf der Behandlung in der Anstalt ist für mich völlig sinnentleert gewesen und stoppt jegliches Momentum, was der Film vorher aufgebaut hat. Was sich auf der Kinoleinwand während der Szenen tut, ist teilweise sehr anstrengend zu verfolgen. Ich finde, die Dialoge wirken total wenig durchdacht und entbehren jeglicher Intelligenz. Es ist so, als ob jemand mit einem Thema anfängt und mit einem ganz anderen Thema aufhört. Wo Unbreakable noch clever zum Beispiel mit dem Thema Comicbuch das einflechten konnte, wirken die Konversationen hier in Glass einfach ziemlich aufgesetzt. Ich frage mich teilweise, ob der Autor hier überhaupt mal in den letzten Jahren einen Superhelden-Comic durchgelesen hat. Ja, und aus so dürftigem Material können selbst Schauspieler wie Sarah Paulson, die man ja aus American Horror Story kennt, ja kaum was rausholen. Deren Dr. Ali Staple wird erst irgendwie zum Schluss interessant. Oder hat den Ansatz einer interessanten Figur am Ende. Bruce Willis Charakter, David Dunn, war bereits in Unbreakable eher introvertiert. Und doch in Glass wirkt das Ganze noch mehr lustlos. Es wirkt einfach lustlos. Ja, also es spielt nicht unbedingt motiviert, hat man das Gefühl. Ob es jetzt an der Direktion von ihm liegt oder was anderen, keine Ahnung. Und ja, obwohl der Film Glass heißt, hat der Titelgebende Mr. Glass, also Samuel L. Jackson, hier kaum irgendwas zu tun. Die meiste Zeit darf Jackson leblos in die Kamera starten und dabei tut er einem fast schon leid. Ein einziger Lichtblick ist und bleibt hier wieder James McAvoy. Und zwar der Bösewicht von ihm, The Horde. Der war ja schon in Split einfach genial. Ich meine, was er hier wieder vom Zaun bricht, ist wirklich phänomenal. Kann aber für den ein oder anderen Zuschauer manchmal an die Grenze zur Nerverei kratzen. In Split war The Horde noch ein bisschen bedrohlicher als in diesem Film. Aber in Glass ist er eigentlich so präsent, dass man sich fragt, wieso der Film eigentlich nicht The Horde heißt, und sondern Glass. Tja, dummerweise enttäuschen ebenso die Szenen, mit denen Comicbuchfilme sonst glänzen. Also die Action-Szenen. Und da wird einem bewusst, dass Shyamalan einfach keine Action drehen kann irgendwie. Wir haben ja schon was beim Last Airbender gesehen. Die Kameraschnitte, die Szenenaufbau, dass das Ganze so langatmig und langweilig erscheinen, dass zumindest ich mir mal gewünscht hätte, da wäre ein ordentlicher Kampfchoreograf hinter gewesen. Vielleicht lag es auch am Ende am Budget. Tut mir leid, aber außer ein paar früheren Szenen, in denen gezeigt wird, was David Dunning in 18 Jahren seit Unbreakable getrieben hat, ist hier wirklich nur wenig spannendes Material zu finden. Der unvermeidliche Twist, wie in vielen Filmen von ihm am Ende, reißt ein paar Dinge aus dem Dreck, kann aber wirklich nicht so viel retten. Da ist eigentlich das Kopfkratzen eher höher über diese diversen Story-Entwicklungen und Charakterentscheidungen. Es schafft es nicht ganz außer Welt, wie konfus das Ganze ist. Es wird Leute geben, die Spaß an diesem Film haben. Meiner Meinung nach hätte M. Night Shyamalan aber gerne nochmal 18 Jahre warten können, um sich ordentlich Gedanken um den Abschluss dieser Trilogie zu machen. 18, 16 Jahre zu Split hin haben genügt, um aus Split einen guten Film zu machen. Aber die zwei Jahre bis hierhin, da wird einfach zu viel Potenzial verschenkt, was sehr schade ist. Ja, der Film ist am Ende vielleicht doch keine Vollkatastrophe, ist aber auch längst nicht das, was man sich gewünscht hat. Ich würde ihm so maximal vier, fünf von zehn Sternen geben. Sagen wir mal, ich will ihn nicht mehr so gut bewerten, also sag ich mal vier. Also wer ihn sehen will, kann ihn sich ansehen. Ich würde raten, vielleicht ein bisschen zu warten, bis sein Heidenkino raus ist. Da hat man nicht so viel verpasst. Naja, und wer uns nicht verpassen will, der kann weiterhin auf neidizismus.de gehen, auf unsere ganzen Facebook-Social-Media-Sachen, kann das hier mal kommentieren. Wenn ihr Glass noch sehen wollt, sagt mir doch einfach, wie ihr ihn fandet. Meine Meinung habt ihr ja jetzt gehört. Und ich freue mich über jegliches Feedback zu dieser Folge. Und generell freuen wir uns ja zu allen Folgen, die wir aufnehmen. Deshalb, wir sehen uns, wir hören uns in nächster Zeit wieder in der normalen Besetzung, bis Chris zu irgendeinem Thema. Wahrscheinlich wird es demnächst wieder Walking Dead. Star Trek startet mal wieder, also sind die Trek-Nerds wieder dabei. Ich freue mich auf die nächsten Monate, auch wenn ich immer so ein bisschen das dazwischen schieben muss, weil so ein Kind geht doch so ein bisschen vor. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.